Hallo, ich bin Rogi und Lira Mour bei der Arnett Bau AG. Eine moderne Familienbetrieb mit 100 Angestellten. Jetzt alle zusammen, ich bin Lionel und mache die Lehre als Strassenbauer. Wir zeigen euch heute, wie das bei uns auf dem Bau so abläuft. Also, kommt doch mit! Damit wir den heissen Belag problemlos einbauen können, muss alles sehr schnell gehen. Trotzdem arbeiten wir immer präzise und sauber, damit der fertige Belag am Schluss natürlich auch schön aussieht. Wir sind auch verantwortlich, dass die Bauvorschriften und Richtlinien eingehalten werden. So, dass wir am Abend alle wieder gesund nach Hause kommen. Mir gefällt die Vielseitigkeit an unserem Beruf. Und dass man jeden Abend sieht, was wir als Team alles erreicht haben. Die Armierungsseisen nehmen den Druck und den Sog auf und geben im Beton die nötige Stabilität. Mit der Schalung geben wir im Beton die gewünschte Form, egal ob gerade oder rund. Egal ob Wand, Däcke, Fundamente oder Stegen, mit oder ohne Kram, wir betonieren alles. Dass die Wände und die Fenster am richtigen Ort gebaut werden, messen wir alles mit den modernsten Einmessgeräten ein. Millimeter genau. Wir setzen auf einen modernen Maschinen- und Gerätenpark. Auch als Lehrling bin ich ein wichtiger Bestandteil von unserem Team. Unsere Firma fördert die Weiterbildungen nach der Lehre, sonst stehen wir viele Türen offen. Du hast Freude am Arbeiten mit den Händen, handwerkliches Geschick, schaffst gerne im Team, hast Ausdauer und ein gutes Vorstellungsvermögen. Dann melde dich bei uns für eine Schnupperlehre und wir zeigen dir, dass der Ball eine coole Sache mit vielen Perspektiven ist. Ball mit uns deine Zukunft!